Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein wundervolles Unboxing für euch. Und zwar sind zwei Yoga Junkies Boxen bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesen zwei Boxen, die sich hier bei mir verbinden, verbinden, verbergen, verbirgen, verbiert, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video auch noch eine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, sage ich dir im Laufe des Videos. Sei da einfach mal gespannt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. Die Yoga Junkies Box ist eine Box, die mir schon mal zur Verfügung gestellt wurde, um sie hier auf dem Kanal zu zeigen. Und nun wurde ich von dem lieben Tyler angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, noch eine Box auszupacken. Und da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und ich durfte mir sogar zwei aussuchen. Und da habe ich jetzt einmal die Two Minutes Two Million Box bekommen, weil die haben in dem österreichischen Fernsehen bei dem, ja, Pendant zu der Höhle der Löwen mitgemacht. Und das heißt dort Two Minutes Two Million Mensch. Und genau, anlässlich dieses Pinches haben die eine Box rausgebracht, wo die natürlich auch erfolgreich waren. Vollkommen zu Recht. Und die Box habe ich hier. Die Box packen wir aus. Und zusätzlich habe ich noch die Good Vibes Only Box bekommen, die jetzt gerade sehr, sehr gut ist und sehr, sehr passend ist, weil ich brauche das. Ich brauche dieses Hochgefühl, ich brauche dieses Umgefühl und ich brauche halt einfach mal so ein bisschen abschalten vom Alltag, oder? Vielleicht brauchst du das auch. Dann schau mal auf der Homepage vorbei, denn da gibt es die Box auch noch. Die haben da auch sehr, sehr viele Boxen, die quasi rausgebracht wurden, noch drin. Die halt einfach schon vor einer Weile rausgebracht wurden, damit man sie sich jetzt nochmal nachbestellen kann, was ich echt gut finde. Ja, ich habe von dem Tyler und von der lieben Hannah hier auch einen Brief bekommen. Da sind die zwei auch abgebildet, da kann man die einmal sehen. Ist das nicht cool? Das ist so ein süßes Pärchen. Oh mein Gott. Und da steht Namaste drauf. Und die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Schau da auf jeden Fall vorbei. Ich habe den hier oben mal im i verlinkt. Und mir wurden hier sehr, 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 sehr liebe und herzliche Worte geschrieben, die ich aber nicht vorlese. Das sind meine Worte, die gehören mir. Und weil ich ins Team Yoga-Junkies aufgenommen wurde, habe ich hier auch was ganz Cooles bekommen. Und das möchte ich mit euch erstmal zusammen anziehen. Das ist so lieb. Ich wurde nach meiner Lieblingsfarbe gefragt. Und ja, Türkis-Leute, was soll ich da groß zu sagen? Das ist ein Armband. Und hier haben wir das Armband. Neben meinem Daniel Wellington. Genau, es ist mega schön und ich fühle mich echt geehrt. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist total lieb von euch zweien. Meine Güte. Danke. Finde ich cool. Ich fühle mich wirklich geehrt. Und ja, es passt auch gerade zum Augenlook. Das ist nicht geplant gewesen, aber es passt. Das ist erst auch nicht geplant gewesen. Das ist die iHeart Revolution Mini Tasty Avocado Palette. Ne? Okay. So, jetzt schauen wir mal in die zwei Boxen rein, nachdem ich hier gerade so ein Herzflash bekommen habe. Zuallererst habe ich hier eine rote Box. We come, we flow, we love. Machst du eigentlich Yoga? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare, ob du irgendwie so eine, so entweder Yoga selber machst oder so eine Art Yoga. Es gibt ja auch, keine Ahnung, ich kenne mich da echt nicht so sehr mit aus. Irgendwas Meditatives oder sowas. Wir hören zum Einschlafen immer so meditative Geschichten. So Traumreisen machen wir viel, Gedankenwelten und so weiter. Findet man leider viel zu selten dazu, sich einfach mal so ein bisschen hin zu chillen und sich einfach mal die Auszeit zu nehmen. Und da sollen uns die Yoga Junkies Boxen einfach mal so ein bisschen anleiten, das zu tun und einfach mal einen Gang runterschalten. So, Hashtag I am a Yoga Junkie steht hier auf der Box und hier oben steht drauf Hey Beautiful. Das finde ich erstmal richtig klasse. Und dann können wir den Deckel einmal anheben. Und da steht Tips for the Perfect Unboxing, wie man halt, also die stehen immer mit drin, wie man das perfekte Unboxing machen kann. Und dann, ja, ich mach's hier so, Freestyle, ne? Da haben wir einmal das Yoga Junkies Magazin, richtig cool, finde ich klasse. Das habe ich noch gar nicht gesehen, da schauen wir mal rein. Ach, guck mal. Hey Yoga Junkie. Und nun ein bisschen über uns, damit du uns kennenlernst. Wir sind Hannah und Tyler, die Gründer und das Ehepaar hinter Yoga Junkies. Wir stecken jeden Monat unser ganzes Herzblut darin, unseren Mitgliedern Freude und mit unseren Yoga Lifestyle Boxen zu machen. Von Zero Waste bis zu Good Vibes Only wählen wir abwechslungsreiche Themen, um die wir ein wunderbares Gesamtkonzept zaubern. Unsere Vision ist es, rund um unsere Boxen eine Community aufzubauen, die sich gegenseitig unterstützt, inspiriert und bei der sich jeder willkommen fühlt. Wir würden uns so freuen, wenn du dich dieser Community anschließt und Teil dieser wirst. Du findest uns unter Yoga Junkies auf allen Social Media Kanälen und vor allem auf Instagram erhältst du lustige Einblicke hinter die Kulissen. Das stimmt. Also da habe ich mich schon das ein oder andere Mal weggeschmissen. Meistens macht Tyler tatsächlich dann die Storys bei Instagram und ja, dann sieht man ihn da meistens. Um unsere Vision aufs nächste Level zu heben und persönlich zu connecten, veranstalten wir im September das Yoga Junkies Festival. Ein Event für jeden, der einen trendigen, gesunden und achtsamen Lifestyle liebt. Wir würden uns total freuen, dich persönlich oder online kennenzulernen. Sende uns jederzeit eine Nachricht mit deinen Fragen, deinem Feedback oder einfach nur um Hallo zu sagen. Wir wünschen dir ein tolles Unboxing-Erlebnis und viel Freude mit deiner Beauty of Yoga Box. Ganz viel Liebe an dich, Hanna und Tyler. Das ist wirklich jedes Wort, was da geschrieben ist. Die meinen das auch so und die leben das auch. So hier hast du dann die ganzen Produkte aufgeführt, die dann in der Box auch drin sein werden mit Preisen und Informationen dazu. Das ist echt Wahnsinn. Einfach so ein paar Lebenshilft-Tipps. Keine Ahnung, finde ich cool. Dann stellt sich Diana vor. Das ist eine Yoga-Lehrerin mit Herz und Seele. Die findest du übrigens, also diese Yoga-Lehrerin, auf dem YouTube-Kanal von denen, von Yoga Junkies. Weil dort dann halt auch wirklich Yoga-Sessions abgehalten werden, wo man sich dann auch mal drauf einlassen kann. Ich habe noch eine Isomatte unten im Keller. Ich glaube, ich sollte da echt mal mitmachen, ne? Aber ich bin bei weitem nicht so beweglich, wie es scheint. Und eine No-Bake-Mango-Tart. Mmh, yum. Und hier steht es auch nochmal, 26. und 27. September sind die in der Gösserhalle in Wien. Guten Morgen, besuche deinen, den Verival-Online-Shop. Okay, da haben wir hier einmal 10% Gutschein. Dann haben wir hier Discover the Yoga Lifestyle. 10% Rabatt mit dem Code Team Yoga Junkies kannst du bekommen. Auch das ist ziemlich cool. Und das hier dürfte auch die Box sein, die ihr dann in diesem Video gewinnen könnt. Weil das müsste ja die 2 Minutes 2 Million Box sein. Da haben wir hier zuerst Anti-Dandruff-Shampoo mit Fenchel und Rosmarin. Das ist ein Shampoo. Die Marke kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ein Bio-Shampoo Anti-Schuppen. Ich glaube, das ist etwas für meinen Freund. Ich glaube, das kann der wohl mal verwenden. Weil der von mir auch immer Anti-Schuppen-Shampoos und sowas bekommt. Das ist natürlich noch zu. Boah, das riecht aber voll krass nach Fenchel und Rosmarin. Das riecht wie eine Küche, ey. Organic. Das ist Hands-On Veggies. Ich weiß gerade nicht, wie die Marke genau heißt. Sehr spektakulär. Das muss ich dem mal geben. Der wird sich garantiert freuen. Dann haben wir als nächstes ein Produkt. Das hatte ich auch schon mal drin. Aber das finde ich echt gut. Organic Surge Daily Care Perfecting Face Polish. Das ist ein Gesichtspeling. Hat mir ganz gut gefallen. Muss ich sagen, das hat mein Gesicht gepielt. Das ist mit natürlichen Peeling-Körnern. Fand ich echt schön. Suitable for sensitive skin. Habe ich, brauche ich. A blend of essential oils and exfoliating coconut shell powder. War auf jeden Fall ganz gut. Hat gut gerochen. Hat gut auch seinen Zweck erfüllt. Wirklich klasse. Kann ich empfehlen. Dann ist hier etwas mit dabei. Okay, jetzt muss ich wirklich Yoga machen, Leute. Von Yoga Junkies. Die haben ja selber ein Yoga-Band. Was ist das? If you are reading this, then you are probably serious about Yoga and even more serious about getting a proper stretch. Designed to help you go deeper into your stretches, allowing you to become more fluid in your everyday practice. The perfect solution to maintain proper form or reach those limbs that are too far away. We come, we flow, we love. Okay, das ist, es ist, ich habe keine Ahnung. Da musst du dann irgendwelche Übungen mitmachen. Ach, das kann man sich doch irgendwie mit den Beinen. Und dann kann man sich irgendwie dehnen. Oh, das ist schon für mich anstrengend, Leute. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Ich weiß nicht, was man damit genau macht. Ich habe das jetzt doppelt genommen. Normalerweise ist es halt irgendwie auch doppelt so lang, ne? Ich weiß nicht. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Das hat hier schöne, ein schönes Muster. Aber ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Er ist der perfekte Helfer für deine Yoga-Praxis, mit dem du in schon kürzester Zeit die Gliedmaßen erreichst, die momentan einfach noch zu weit weg sind. Ja, ich komme nicht mal im Stehen an meine Füße, wenn meine Beine durchgedrückt sind. Sorry. Im Gegensatz zu normalen Polyester-Yogagurten hat unser 100% Baumwolle-Yogagurt ein super weiches Gefühl. Das den Körper schon. Ich bin halt wirklich so ein Körperklaus, ne? Ist so. Okay, dann haben wir hier ein bisschen Gartenkrasse. Finde ich super. Ich habe letztens erst bei uns im Vorbeet so ein bisschen, also Vorbeet ist gut, das ist das Nebenbeet eigentlich vielmehr, ganz viele Sachen ausgesät. Und das hier könnte ich tatsächlich zu meinem Kräutergarten geben. Ja, der Sprossenheld. Pflanzt dir frische Würze. Jo, ist auch lecker. Samenkörner auf nasses Küchenpapier streuen. Ach so, noch einfacher. Und täglich mit frischem Wasser feucht halten. Nach 5-7 Tagen ist deine Bio-Kresse erntereif. Bio-Kresse peppt nicht nur den Geschmack deiner Lieblingsspeisen auf, sondern auch deinen Vitamin- und Mineralstoffhaushalt. Das kann ich alles bestätigen. Kresse ist wirklich lecker. Ja, mache ich mir. Genau. Masala Chai. Eine Bio-Gewürztee-Mischung aus Indien. Ja, da sowas mag ich eigentlich vom Geschmack her, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gerne, weil das meistens auch so mit Ingwer oder mit Kurkuma oder sowas ist, was ich nicht unbedingt vom Geschmack her mag. Ja, erste Stelle ist direkt Ingwer, äh, Gray. Äh, Kardamom-Zimt, Süßholz, Gerstenmalz, Galgant. Ähm, ja, nicht unbedingt meine Geschmacksrichtung, um ehrlich zu sein. Als nächstes haben wir hier was ganz Süßes drin. Das ist eine Wooden-Incense-Cone-Box mit 10 Incense-Cones. Ich weiß nicht genau, was Incense-Cones sind, aber das ist eine Box mit Sandelholz. Das ist schön. Okay, cool. Und dann hast du hier tatsächlich so eine Kuhle, da kannst du dann einen so einen Ding reinmachen, anstecken und das ist so ein Hütchen, ne, da sind so einzelne Hütchen drin, die kannst du anstecken, dann da aufstellen und dann glimmt das so vor sich hin und verspult seinen Duft. Das hat dann so ein bisschen was von, ähm, ja, tatsächlich von diesen orientalischen Läden, die bei uns in der Gegend auch tatsächlich existieren, ne, und da riecht es dann auch immer so. Das finde ich cool. Oh ja, dazu dann ein bisschen Yoga machen und dann kann man einfach mal ein bisschen abschalten. So, als nächstes haben wir hier ein Spray, ein Yoga-Matte-Cleaner. Das ist cool, denn du schwitzt ja auch wohl ein bisschen, wenn du Yoga machst. Meine Ma und ihr Freund macht, oder ihr Mann, Entschuldigung, die sind ja schon seit zwei Jahren verheiratet, machen auf jeden Fall jede Woche Yoga. Ähm, Asutra, 100% All-Natural, Peaceful Lavender, Lavender ist total toll. Weil ich mag Lavendenduft. Lavenden. Lavendel-Duft und, äh, ja. Das finde ich cool. Genau, ist einfach ein Reiniger. Der aber nicht nach Reiniger riecht, Leute. Der riecht echt geil nach Lavendel. Mmh. Schön. Oha. Hanu Hanf, Kiss of Nature. 24 Stunden Gesichtscreme mit Bio-Hanföl und Vitamin E. Hydratisiert, regeneriert, erhöht die Hautelastizität und ist für alle Hauttypen geeignet. Wie witzig ist das denn? Okay, ja, das ist ja aktuell sowieso dieser super Zusatz, den du in gefühlt jedem Kosmetikprodukt auch wieder so findest, ne? So. Hier haben wir dann wirklich eine Gesichtscreme, Kiss of Nature. Mega geil. Das muss ich mir echt mal geben. Das finde ich cool. Riecht einfach nur cremig. Hast jetzt keinen großen Eigenduft. Ist auch garantiert wieder ohne Parfümstoffe und ich rieche jetzt hier rum und denke mir, das muss doch irgendwie riechen. Es riecht einfach cremig. Sehr, sehr angenehm. Will ich jetzt nicht aufmachen bzw. nicht austesten, weil das erst in frühestens zwei Monaten verwendet wird, wenn ich mit meiner Daltornreihe durch bin, weil zwei Monate wollte ich das testen. Das ist auf jeden Fall vegan. Jo. Ne? Find ich cool. Bei regelmäßiger Anwendung sieht die Haut frisch und rosig aus, da sie optimal mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt wird. Jo. Dies ist ein Naturkosmetikprodukt und unterliegt natürlichen Farbschwankungen. Ne, da ist Parfüm drin. Hier steht auch Parfüm irgendwie hier hinten drauf. Alles gut. Wird aber getestet. Find ich witzig. Eine Hanfgesichtscreme, ne? Okay, dann habe ich hier etwas, den habe ich schon, den Yoga Balm von Ni... Ja... Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Das ist halt ein sehr festes Produkt, welches man sich dann quasi mit den Fingerspitzen aufnimmt und dann so leicht hinters Ohr gibt oder auf die Schläfen und das beruhigt halt, ne? Ist ganz cool und riecht halt wirklich sehr angenehm. Ja. So wie ziemlich vieles, was ich hier gerade vor mir habe, riecht und das finde ich extrem angenehm. Also ich glaube, dieses Sandelholz riechst du einfach auch viel durch, ne? Weil du das halt nicht so oft so in Produkten drin hast. Also ich nicht. Das ist mit Vetiver, mit Patchouli und mit Rosewood. Rosenholz. Ja. Mega geiler Geruch. Hm? Ich habe was zum Essen. Oh, geil! Verival-Bio-Dattel-Kokos-Konfekt. Ja, komm zu Mama. Essen ist toll. 100% vegan. Sehr freundlich. Dattelmasse ummantelt mit Kokosflocken. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Aus kontrolliert biologischem Anbau. Von Natur aus glutenfrei. Jo. Ja, ich merke schon, dieses Video wird ziemlich lang, aber ich meine, ne? Da sind wir auch ganz entspannt unterwegs und das ist wirklich, das sind Datteln. Ich mag Datteln so gerne. Oh, lecker. Schön weich. Und last but not least haben wir hier etwas mit drin. Was ist das? Ist das ein Abschminktuch? Das gehört zusammen mit dem Yogamattenreiniger und ist ein Mikrofaser-Handtuch. Happiness is not a destination. It is a way of life. Hi. Diese Box kannst du in diesem Video gewinnen, also nicht die, die ich jetzt aufgemacht habe, sondern eine, die dann direkt von den Yoga-Junkies an euch zugeschickt wird. Alles, was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Wenn du Bock auf Yoga hast und dir Yoga-Junkies gefällt, dann folgt denen doch einfach auf deren YouTube-Kanal und gleichzeitig schreibt mir unten in die Kommentare ein Hashtag Yoga-Junkies mit rein, aber auf jeden Fall auch Yoga-Junkies folgen, ne? Und dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Oh, ich muss diese Datteln auch mal essen. Die sind wirklich lecker. Das Kokos ist nicht so dominant. Also es ist sehr, sehr süß, sehr, sehr lecker. Hm. Und hier haben wir nun nach einem kleinen Stumpfilm aufgrund von Genuss die Good Vibes Only Box mit einem Heftchen. Auch hier sind wieder die gleichen entsprechenden Informationen, nicht die gleichen Informationen, aber der ähnliche Aufbau mit drin. Produkte sind beschrieben, Menschen sind beschrieben. Chakraset. Die Hauptenergiezentren des Körpers werden innerhalb der sieben Chakren gebildet. Sie fungieren als Bahnen, die die Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele fördern. Wenn eines oder mehrere der Chakren blockiert sind, kann dies eine Vielzahl von Problemen verursachen, weshalb es wichtig ist, jedes Chakra zu verstehen und zu wissen, was man tun kann, um es zu öffnen und seinen Energiefluss wiederherzustellen. Das finde ich cool. Das muss ich mir echt mal zu Gemüte führen. Das Sakralchakra hilft uns zum Beispiel, uns mit unseren Emotionen und den Emotionen anderer zu identifizieren. Des Weiteren leitet es unsere Kreativität und unsere sexuelle Energie. Hm hm. Sonnensteine. Okay, da sind dann auch Steine mit drin. Cool. Na, da muss ich mal gucken, wie ich das dann... Oh, hier ist nochmal was zum Essen. Tasty Stones DIY Kit. Auch wieder was zum Essen. Ich bin Packers. Die erste Öko-Wundertüte für Erwachsene ab 3 Jahren. Es ist mein Inhalt, der mich natürlich wundervoll macht. Erwecke ihn zum Leben. 100% Spaß, 100% vegan und 100% ökologisch. Und ich hab Set Nummer 2. Kleine Steinchen mit großer Wirkung auf dein tägliche Leitungswasser. Die machst du in dein Wasser rein? Rock'n'Roll im Wasserglas steht hier drauf. Zitrone war gestern verleihe deinem Trinkwasser den Extra Kick. Hä? Nein, hier sind echt Steinchen drin. Also wirklich Steine. Das ist der Naturachat, der Orangenkalzit und der Friedensachat. Friedensachat. Tasty Stones in einen Krug oder Glas legen. Mit frischem Wasser füllen und Prost. Ich hol mir mal ein Glas. Also, hier habe ich mein Wasser stehen, was ich hier schon den ganzen Tag stehen habe und was ich schon den ganzen Tag trinke und wo ich weiß, es ist Wasser. Und hier habe ich ein Glas und jetzt mache ich dieses Wasser in das handelsübliche Ikea-Glas rein. Nehme noch einen Testschluck. Wer weiß. Es ist Wasser. Ich mache die Steinchen rein. Sieht auf jeden Fall hübsch aus, ne? Ist fancy. Und dann trinken wir einen Schluck. Es schmeckt immer noch nach Wasser. Aber es ist eine nette Idee. Ich weiß nicht. Ich glaube, das soll ja auch irgendwie so innerlich so ein bisschen ummachen, ne? Genau. Als nächstes haben wir hier ein Shampoo. Das haben wir tatsächlich auch in der Two Minutes Two Million Box drin gehabt. Das Fenchel und Rosmarin Shampoo. Ne? Ja. Haben wir eben schon gerochen. Mochte ich. Dann habe ich hier etwas. Das ist cool. Das ist ein Schlüsselanhänger. Das ist so ein... Wie heißt das nochmal? Makramé? Ja. Ein Makramé für den Schlüsselanhänger. Oder du kannst es dir auch so hinhängen, ne? Finde ich ganz süß. Ich habe das gehört, dass viele sowas jetzt ja auch sich selber machen. Jetzt gerade in der Zeit, wo man etwas mehr Zeit hat. Finde ich ganz hübsch, ne? Doch. Matcha Tea To Go Sticks. 5 Sticks. Finest Japanese Matcha Quality. Kissa. Mhm. Guck an. Ein Matcha Grün-Tee. Good Vibes Only. Guck mal. Do more of what makes you happy. Da haben wir hier noch so ein Heftchen. Und das ist ein Journal. Start each day with a grateful heart. Hm. Ja, das wäre schön. Genau. Und da kannst du dann reinschreiben, was du die Woche über machst. Wofür du dankbar bist. Notizen kannst du dir machen. Magical Moments this week. Also im Prinzip machst du dir so ein bisschen positive Gedanken. Das finde ich schön. Das ist so ein Positiv Journal. Und nicht ein, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Sondern einfach Dankbarkeit. Das finde ich voll schön. Three ways to grow this week. Was man quasi kopfmäßig machen möchte. Körpermäßig und seelenmäßig. Ich mag diesen Vibe dahinter, Leute. Ich mag das voll gerne. Okay, dann habe ich hier eine Zahngeschichte mit dabei. Char White. We love to make you smile. Das ist so Char White Natural Teeth Whitener. Natural Teeth Whitener, genau. Das ist, ich glaube mit Aktivkohle oder so. Es ist vegan, cruelty free, ohne Fluoride, ohne Giftstoffe, ohne GMO. Also nicht Gentechnik verändert. Und ja, hier hast du halt dieses schwarze Pulver drin. Und da kannst du dann entsprechend deine Zahnbürste reindippen. Und dann dir damit die Zähne putzen. Und das soll das Ganze aufhellen. Finde ich ganz interessant. Hier haben wir dann auch wieder, ha, eins behalte ich, eins gebe ich dann meiner Mama. Wooden Incense Cone Box. Das ist das gleiche, was wir eben auch schon hatten. Mit diesen sechs, zehn Hütchen, wo du eins jeweils immer hinstellen kannst. Voll gut, das kriegt meine Mama zum Muttertag. Ja, zusammen mit dem Yogamattenreiniger. Wird sie sich freuen. Doch, das ist eine coole Geschichte. Und dann habe ich hier noch eine kleine Box drin. Ich habe hier noch mehr drin, Leute. Ich habe hier noch viel mehr drin. Hä? Warte. Was ist das? Sind das so... Weiß ich nicht. Was macht man damit? Da ist jetzt Make-up drauf. Können wir das drehen? Nein, das ist ein Stift, Claudia. Hahaha. Scheiße. Okay. Okay. Es ist einfach ein Stift. Hahaha. Diese Frau hat echt einen Lattenschuss. Okay, es ist einfach ein Stift. Kannst du aufdrehen und kannst du schreiben. Ich habe mich gerade echt blamiert, oder? Ich gucke mal, ob in dem Heft irgendwas zu diesem Google Schreiber drinsteht. Mann. Oh, das ist ein Good Vibes Edelstein Stift. Wow. Ja, finde ich auf jeden Fall schön und wird verwendet. Dankeschön. So, dann haben wir hier etwas sehr, sehr schön duftendes. Und zwar zwei Räucherstäbchen. Hm. Oh, riecht ein bisschen nach Weihrauch. Das war jetzt hier auch ein bisschen eingepackt, damit es nicht krümelt. Finde ich auch sehr, sehr gut überlegt. Und dann haben wir hier so eine kleine Box. Da steht auch Yoga Junkies drauf. Wow. Wow. Ist das schön. Das sind so Steine drin. Da haben wir so Holzstäbe. Die kannst du... Ja. Die riechen aber auch angenehm. Ähm. Die kannst du wahrscheinlich auch nehmen, um da entsprechend dann die Steine auch drauf zu drapieren. Yoga Junkies Aufkleber. Dann haben wir hier eingepackt einen Stein. Der ist aber auch schön, Leute. Der ist ja auch mega dekorativ. Mag ich richtig gerne leiden. Und das ist ein Amethyst. So sieht ein echter Amethyst aus. Finde ich richtig hübsch. Wie der funkelt, ne? Voll schön. Das hier ist ein Amazonid. Wenn der so heißt, Amazonid. Der hat so einen grünen Schimmer auch mit drin. Dann haben wir hier zwei Apophylliten. Einen Kyraniten. Einen gelben Jaspis. Das ist ein Sonnenstein. Und einen schwarzen Turmalin. Und ich denke, dass das dann auch mit diesen hier zusammenhängt. Dass man da auch irgendwie was damit machen kann. Muss ich mich tatsächlich noch mehr mit beschäftigen. Und mehr mit reinkommen. Denn ich kenne mich damit wie gesagt null aus. Gar nicht. Aber das war jetzt tatsächlich der Inhalt von der Good Vibes Only Box. Ich finde das ist sehr mystisch. Ne? Also ich finde dieses ganze was Yoga Junkies auch verkörpert. Sehr sehr mystisch. Sehr schön. Und dieses ganze extrem positive. Finde ich super herzlich. Und sehr herzerwärmend. Und das bringt dann einfach auch mal auf sehr schöne Gedanken. Und auf neue Ideen. Das finde ich ziemlich cool. Ich weiß, dass ich einfach dieses Gefühl von Herzlichkeit mitbekommen habe beim Unboxing. Und das finde ich toll. Genau. Alle Informationen zu den Boxen und auch zu den Yoga Junkies an sich findest du unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz teuer gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!